hey leute ich bin speed limit die sind für euch wie ihr seht ich bin aus dem urlaub und ins stürmische deutschland mittendrin also bei uns ist jemals jedenfalls hier stürmisch und ja da habe ich mir gedacht bevor ich rausgehe und irgendwas mache mache ich erstmal für euch ein kleines unboxing und beziehungsweise stellt euch ein neues produkt vor wie ihr seht ist viel passiert im urlaub oder wie es vielleicht verfolgen die verfolgt habt wer das noch nicht gesehen hat meine letzten videos ich verlinke sie euch mal hier oben schaut euch die mal an ist nicht die beste qualität ich habe es ja mit dem handy aufgenommen und auch der ton ist nicht der beste aber wie gesagt wenn ich im urlaub bin dann bin ich im urlaub dann nehme ich kein equipment oder so zumindest noch nicht dafür ist mir die zeit zu kostbar aber trotzdem habe ich mit meinem alten samsung galaxy s5 paar videos gemacht na gut schaut euch an wenn ich dann nicht was habe ich hier ich hatte das vor vor den urlaub schon bekommen aber ich hatte da keine zeit mehr das euch zu zeigen bzw das zu öffnen hier ja das ist ein diffuser halt diejenigen die sich darunter nichts vorstellen können es ist halt einen raum duft sprayer er luft ist durch dessen wasserdampf gefeuchtet und das könnt ihr natürlich dann auch als aroma du frei benutzen ok machen wir nicht lange hier drumherum ich pack mal aus das ist wie gesagt von amazon ich verlinke euch das mal unten wenn ihr da wieder lust hat mal reinzuschauen und euch das holen möchtet es ist nicht teuer ich habe es wenn ich jetzt nicht vor dem urlaub 30 euro knapp 30 euro ausgegeben ich weiß nicht wie viel das jetzt kostet schaut euch am besten an aber teuer ist das ding nicht ist halt ein diffuser und ich würde es euch nicht zeigen halt wenn das nicht was auch mit der alexa beziehungsweise mit dem amazon echo dort zu tun hat genau den diffuser hier könnt ihr auch über den amazon echo benutzen beziehungsweise über die ganzen über beziehungsweise über die ganze echo familie ja was gibt es dazu sagen der ist halt acht steht auch hier drauf der deck den könnt ihr auch natürlich mit dem google ja wer ist das könnt ihr natürlich auch mit dem google assistent benutzen und ja heißt es von o team ist ein smarter aroma diffuser wie schon gesagt habe mit wifi betrieben hat ein netzteil von 240 volt hat eine frequenz von 50 bis 60 megahertz ja und wird mit wifi 2,4 gigahertz betrieben also nicht fünf gigahertz 2,4 nicht vergessen das müsste dann halt berücksichtigen wenn ihr das installiert ihr könnt über android steht hier drauf sogar android 4.1 und ios 8.0 oder höher betreiben also ist alles kein problem und wie gesagt mit alexa geht es auch halt und natürlich könnt ihr auch eine ift anbindung wieder mit einbinden müsste nicht es geht auch ohne ift also diesmal ist das ding auch ohne ift und funktioniert auch dementsprechend so ja dann öffnen wir mal das und dann präsentiere ich das mal euch bestimmt so dann schauen wir mal was wir hier haben hier so schaumstoff so sicherheits dann haben wir hier erstmal hier die bedienungsanleitung ist natürlich wieder in englisch genau in englisch da könnt ihr euch dann schlau machen ich zeige es euch mal kurz ja also ist nichts wildes so eine kleine so eine kleine anleitung übrigens in diesem diffuser passen 200 milliliter rein also ein bisschen geht geht da was sein ist nicht viel braucht man ja auch nicht und dann schauen wir mal uns das teil an hier haben wir uns in der tüte die tüte kommt jetzt weg und dann haben wir noch dieses netzteil so jetzt die kamera um und zeigt euch das bisschen näher und dann sehen wir uns gleich wieder bleibt dran so da bin ich wieder jetzt könnt ihr das teil erstmal hier so schön sehen ja wie ihr sehen könnt ist das hier schön detailliert hier habt ihr den an und aus knopf dann habt ihr hier wasserdampf da könnt ihr auch in zwei stufen regulieren dann habt ihr hier den wlan also hier wird die wlan verbindung aufgebaut dann habt ihr hier licht denn es ist hier dieser kreis der kreis hier der leuchtet schön und hier oben das hier das teil hier leuchtet auch und dann habt ihr hier den timer den ihr hier einstellen können wie lange ihr das betreiben wollt eine stunde drei stunden oder fünf stunden gut dann füllen wir das mal hier wasser ein ich habe da jetzt auch was vorbereitet wie gesagt da gehen 200 milliliter rein und ja dann schauen wir mal wie das hier von wie das hier oben aussieht ihr könnt das hier einfach so abnehmen so und das hier auch als alles hier halt plastik ist der deckel also kann eigentlich alles abnehmen außer das hier und dann füllte hier ist ein strich vielleicht kann man es ein bisschen erkennen hier da ist so ein strich bis dahin bis da müsste das wasser einfüllen ja und das mache ich jetzt auch mal und füllen mal ein bisschen wasser rein damit wir das gleich in betrieb nehmen können so bis zum strich das reicht so ihr könnt es natürlich jetzt habe ich das eingefüllt ihr könnt es natürlich auch als duftbefeuchter nehmen duft spray beziehungsweise ja so ein duft halt könnt ihr da paar tröpfelchen da rein tun eins zwei drei vier fünf sechs sieben acht neun zehn ich hoffe das reicht dann tun wir jetzt den deckel drauf zack wirklich drauf und den auch noch mal drauf wie gesagt hier hier wird kommt so ein schimmertes licht das werde ich euch ein bisschen zeigen und dann wird es sehen so das war es auch schon und dann machen wir das mal jetzt hier an ja wie gesagt hier könnt ihr den wasserdampf dann einstellen wie intensiv er sein soll also es gibt zwei stufen entweder mittel oder also aus mittel oder stark ich mache es jetzt mal ein bisschen stark damit ihr auch den wasserdampf so ein bisschen hier erkennen könnt das hier leuchtet das kann man jetzt hier im hellen nicht sehen also hier leuchtet das in verschiedenen farben die dioden leuchten auch hier und dann hätte thema ja mehr gibt es eigentlich dazu nicht sozusagen zum bild zu der in betriebnahme die könnte den könnt ihr jetzt so laufen lassen auf eine stunde stellen auf drei oder fünf stunden sei ich überlassen und ja dann dann will ich jetzt euch mal gleich die app zeigen bzw die einstellung in der app und wie das dann hier funktioniert das im vorfeld schon ein bisschen ausprobiert deshalb werde ich euch das kurz erklären was ihr hier beachten muss und ja dann sehen wir uns gleich wieder bis gleich mit gut nach nach in Bis zum nächsten Mal.